Das Emirates Team New Zealand wird beim America's Cup einen Katamaran segeln, der von Wasserstoff-Brennstoffzellen angetrieben wird. Dies wird nachhaltiges Bootfahren mit einer erheblichen Gelegenheit bieten, weltweite Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Seherprobungen für den Katamaran beginnen, sobald die Wasserstoff-Brennstoffzellen installiert sind. Der America's Cup hat kürzlich den Offiziellen der Veranstaltung 2024, den Verteidiger und den Herausforderer, bekannt gegeben. Das Emirates Team New Zealand, der Verteidiger, hat die Herausforderung der American Magic des New York York Club angenommen. Abgesehen von den Planentwürfen des bahnbrechenden Foils und des Segels, die sicherlich auf der Veranstaltung 2024 definiert werden, wird es die Antriebstechnologie mit H2 sein, die voraussichtlich heraustechen wird. Das neuseeländische Team gab kürzlich bekannt, dass sein H2, betriebener Katamaran-Prototyp fast fertig ist. Es wird als Tender für A, C, 40, Rennboote dienen. Laut einer von ETNZ veröffentlichten Erklärung begann der Bau des 33, Fuß, Feuling, Katamarans letztes Jahr im August in einer Einrichtung in Oakland. Der Defender hat sich mit Toyota zusammengetan, um die H2, Brennstoffzelle einzubauen. Mehrere Unternehmen haben Pläne für Super-Reachten angekündigt, die mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben werden. Zu den Super-Yacht-Unternehmen, die Schiffe mit Wasserstoff antreiben wollen, gehören Lohsen, San Lorenzo, Fitchip und Baglietto. Allerdings werden es in diesen Fällen die Hilfssysteme sein, die vom H2 angetrieben werden, nicht die Hauptmotoren. Fountain Paglio und Henova gehören zu den französischen Herstellern, die ihre eigenen H2, betriebenen Bootsmodelle angekündigt haben, obwohl sie erheblich kleiner sind. Diese Schiffe werden nicht annähernd die Tender-Geschwindigkeiten des Americas Cup erreichen. Das ETNZ-Boot soll fast 60 Meilen pro Stunde erreichen. Es wird rund 11.000 Pfund wiegen und eine Reisegeschwindigkeit zwischen 37 und 40 Meilen pro Stunde aufweisen. Die Brennstoffzelle soll einen 400-Volt-Gleichstrom-Elektromotor antreiben und eine Spitzenleistung von etwa 440 Kilowatt erzeugen. Laut ihrem Konstruktionsleiter den Bern Asconi bot die Integration der Wasserstoff-Brennstoffzellen eine völlig neue Herausforderung für das Team. Diese Art von Projekten ist äußerst vorteilhaft, damit die Jungs die Grenzen überschreiten, kontinuierlich lernen und Probleme aus verschiedenen Perspektiven angehen, sagte Bern Asconi. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfewnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf hfn.